Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute begeben wir uns auf eine inspirierende Reise der Weisheit und Erkenntnis, denn wir tauchen ein in die zeitlosen Worte des Buddha. In den nächsten Minuten werden wir uns von tiefgreifenden Zitaten leiten lassen, die nicht nur spirituelle Klarheit bieten, sondern auch den Weg zu einem erfüllten Leben aufzeigen. Diese Worte sind nicht nur Jahrhunderte alt, sondern tragen auch heute noch eine kraftvolle Botschaft in sich. Also lehne dich zurück, lass den Alltag hinter dir und lass uns gemeinsam in die erhebenden Lehren des Buddha eintauchen. Hier sind die zehn beliebtesten Zitate, die ihm zugeschrieben werden. Platz 10. Der Geist ist alles. Was du denkst, das wirst du. Platz 9. Handle bedacht, sprich bedacht, denke bedacht. Diese drei Schritte führen zu einem tugendhaften Leben. Platz 8. Jeder Morgen bietet eine neue Chance, sein Leben zu verändern. Platz 7. Das Glück besteht darin, das zu wollen, was man hat. Platz 6. Die Wurzel des Leidens ist die Anhaftung. Platz 5. Gesundheit ist der größte Besitz, Zufriedenheit der größte Schatz, Vertrauen die beste Verwandtschaft. Platz 4. Handle Weiße. Lege nicht den Schlüssel zu deinem Glück in die Hände eines anderen. Platz 3. Nichts kann dir im Geist Schaden zu fügen, außer du erlaubst es. Platz 2. Die Wahrheit zu finden ist wie die Suche nach einem Edelstein im Schlamm. Schlammigem Wasser wird klar, wenn du es ruhen lässt. Und auf Platz 1. Du selbst, so wie jeder im ganzen Universum, verdienst deine Liebe und Zuneigung. Das waren also die inspirierenden Zitate des Buddha. Ich hoffe, dass diese Worte von Weisheit und Erleuchtung einen positiven Einfluss auf deinen Tag haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu liken und zu teilen, damit auch andere von diesen zeitlosen Lehren profitieren können. Abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Weisheiten zu verpassen. Möge dein Weg von Liebe, Frieden und Erkenntnis erlaubtet sein. Bis zum nächsten Mal auf unserem gemeinsamen Pfad zur spirituellen Bereicherung.